Hallo liebe Kinder, heute erzähle ich euch die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte. Geschrieben hat das Buch Martin Baltscheid vom Verlag Belz und Gelbberg. Ich hoffe, euch gefällt es. Es war einmal ein Löwe, der konnte nicht bis drei zählen. Aber das störte den Löwen nicht, denn er konnte brüllen und Zähne zeigen. Und mehr braucht so ein Löwe nicht. Eines Tages traf der Löwe einen Löwen. Der Löwe war sehr schön und hatte auch einen Strauß Rosen dabei. Aber die Rosen waren nicht für den Löwen, sondern für die Löwen. Mh, lecker! Die Löwen bedankte sich und gab dem Fremden einen Kuss. Einfach so. Damit hatte der Löwen mit den scharfen Zähnen nicht gerechnet. Na hör mal, kannst du nicht bis drei zählen? Fragte ein blonder Schmetterling. Nee, wozu? Der fremde Löwe hatte inzwischen die Blumen in eine Vase bestellt, lobte die Schönheit der Löwen und sagte ein Gedicht auf. Selbstgeschrieben, auswendig. Der Löwe mit den scharfen Zähnen sah auf die Löwen. Er hörte sie lachen und schnurren und wieder lachen, haha, und wieder schnurren. Haha! Da machte er sich auf den Weg, um jemanden zu finden, der bis drei zählen konnte. Könnt ihr bis drei zählen? Zuerst fragte er das Einhorn. Hey Einhorn, kannst du bis drei zählen? Das farbehafte Tier bewegte sich so wenig wie die alten Bäume und flüsterte. Ein Einhorn steht für sich allein. Mehr braucht es nicht zum Glücklichsein. Total blöd, sagte der Löwe, ging weiter und fragte die Schwäne, ob sie bis drei zählen konnten. Die Schwäne schwamm, stumm im Kreis, unbewunderten ihr Spiegelbild. Dann antworteten sie. Wir Schwäne zählen nicht bis drei. Wir zählen uns und uns ist eins, zwei. Total blöd, sagte der Löwe wieder und besuchte einen alten Freund in den Bergen. Aber der Freund hatte keine Zeit und rief, die drei ist mir total egal. Vier lautet meine Kinderzahl. Eins, zwei, drei, vier. Vier kleine Erdmännchen. Das Erdmännchen lief los und der Löwe fand einen, der sich mit Zahlen auskannte. Kuckuck, 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 der Kuckuck schrie. Die drei, die drei ist längst vorbei. Ich rufe die fünfte Stunde aus und kommt Frau Kuckuck nicht nach Haus. Hör, wie ich schrei, hör, wie ich schrei. Kuckuck, Kuckuck. Dann verschwand er hinter der Tür, als wäre er nie auf der Welt gewesen. Total blöd. Früh am Abend war Party. Kannst du mir sagen, wie man bis drei zählt? Fragte der Löwe. Der Maulwurf teilte seine Geburtstagstorte in sechs Stücke und befahl. Jeder nur eins. Mh, monst, monst. Total lecker. Mh, mh. Danach spielten sie blinde Kuh und Topfschlagen und der Löwe gewann zwei Luftballons und einen Kreisel. Später gab der Glühwürm Preis, was er von Zahlen wusste. In sieben Nächten ohne Sicht, mach ich dem Mädchen helles Licht. Eins, zwei, drei. Nur drei? Das ist schon lange her, denn jede Nacht, da kommen mehr. Vier, fünf, sechs, sieben. Total blöd, sagte der Löwe, der keine Po-Lampe hatte und mit dem glühenden Darm nix anzufangen wusste. La, 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 la. Tief unten im Meer tanzten die Kraken und sangen. La, 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 la. Acht Arme halten liebend fest, was sich auch gerne halten lässt. La, 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 la. Ähm, total blöd, dachte der Löwe wieder und fragte einen, der der bewunderte. Aber der Champion aller Klassen sagte nur. Keine Ahnung Mann, wer sich bei neun ins Blickfeld stellt, wird umgeboxt und ausgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Out! Schließlich traf der Löwe wieder auf den Schmetterling. Eins mal eins und eins plus zwei kommt jeder schnell auf eins, zwei, drei. Gerne rechnet man sich selbst hinzu. Das einmal ich zum einmal du. Der Löwe hatte noch immer keine Ahnung, wozu das alles gut sein sollte. Hm, total blöd. Da rief eine Stimme. Hey, Zahlenfee! Willst du noch ein Gedicht? Ein neuer Löwe wird addiert. Ein alter Löwe wird subtrahiert. Drei minus eins macht in der Summe, du bist der Dumme. Hm, da sagt der Leer Löwe mit den scharfen Zähnen. Komm mal mit, ich will dir etwas zeigen. Hm. Die Löwen gingen in den Wald und der Schmetterling in Deckung. Nach einer Weile kehrte nur einer von ihnen zurück. Und was hast du ihnen gezeigt? Fragte die schöne Löwin. Hm? Bruchrechnen, antwortete der Löwe. Da lächelte die Löwin. Stupste den Löwen mit der Nase. Und dann nahm ihn mit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schön, liebe Kinder. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schmetterling. ли скเอASe. Bem. Erich kindergartner. Schmetterling. Erich. Untertitelung des ZDF, 2020